Streitet euch! Die beiden Vakuum-Hoppo streiten sich. Wer das Item kriegt, ne? Ja. Ich will! Nein, ich will! Gib, ich will! Besonders wenn die nicht so weit voneinander entfernt stehen. Na gut, du kannst ja die Range einstellen. Ja? Ja, du kannst die Range einstellen. Ach so. Ah, 6 ist maximal, okay. Mal gucken, ich mach mal beide auf 4. Und dann schau ich mal. Ne, guck ich mal, ob keiner guckt. Hier war auch ne rote drin, ja. So, hier machen wir ne unendliche Wasserquelle hin dafür, extra. So. Die, einmal. Guck mal gleich, ich hab den Start, also Minecraft gestartet mit zweieinhalb tausend Milonen. Mhm. Mal gucken, wie viel da unten jetzt drin sind. Also nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das sieht ja auch noch die lustige Fläche da hinten. Kann ich eigentlich hier hinten runterspringen? Oder sterbe ich dann? Okay. So, mein Buch. Was fängt denn das an? Eine neue, lustige, kleine Fläche. Also, Allium zieht's. Alter, das ganze Ding voll. Bei Blue Orchidee fehlt eins noch. Mushroom zieht's hab ich. Mushroom. Also, das sind die braun gewesen, glaub ich. Ja. Halbe Stunde, 300 Milonen. Cactus seeds hab ich alle voll. Karotten seed fehlt mir noch eins. Also, ein von diesen Rezepten. Bei Daisy zieht's auch eins. Ja gut, Karotten. Es wird voll Karotten mit, äh, mit Kartoffelseiden, dann wirst du über den Pumpkin seed. Also. Potato und Karotten. Äh, Pumpkin. Pumpkin oder Sugarcane? Bei Melon ist es nicht. Daisy seed fehlt eins noch. Dandelion fehlt eins noch. Melon hab ich voll. Black Flower seeds hab ich voll. Blue Flower seeds hab ich voll. Es geht relativ schnell, alles immer. Die braun auch. Die zieren. Die grey. Die green. Die blue. Die grey. Ja. Heute hab ich eigentlich alles voll. Netherwarzen fehlt noch eins. Netherwarzen, Nitor. Netherwarzen und Orange Tulp. Nitor. Da fehlt noch eins. Nitor oder Nita? Nita? Mhm. Orange Tulp fehlt zwei noch. Ja, das ist mit der Netherwarze. Pink Tulp. Sind da meist immer die Farben. Poppy hab ich voll. Potato seed fehlt eins noch. Das ist ja Kölbis dann. Na, ist Potato und ähm, der Kölbis. Red Mushroom hab ich voll. Red Tulp fehlt noch eins. Jo, sonst hab ich soweit voll. Ich musste halt noch die... Daimsy seed machen. Wo ich die nicht hatte. Zichtorino. Mhm. Zichtorino. Zichtorino. Mhm. Zichtorino. Tütütütüt. Tütütüt. Fehl'n mir jetzt noch... Zwölf stück. Okay. Kann ich machen. Kein Problem. Wie dann wahrscheinlich wo der Dunkel wird. Das stört mich nicht. Nein. und ja auch nicht bei mir ist alles ausgeleuchtet kann ich spawnen red flowers sind auf 9 aber dann brauche ich hier gleich noch ein zucht vielleicht aber mein gehen können wir pennen gehen mir ist das egal hier sollte eigentlich alles ausgeleuchtet sein deswegen passt das 12 anspringt aber noch mehr ich hab hier vier sprinkler hängen eisen bars habe ich noch so das hält noch mal die anderen sollten dann gleich fertig sein auf 10 10 10 rein damit eine sache die nicht ausgeleuchtet ist das warum ist das dach nicht ausgeleuchtet komplett kommen wir da runter creeper kommen wir ja komm her hallo kleiner man na spaß da haben wir das aber das brauche ich nicht vor mir raufkloppen ja ja auf den tank erhöhen 384.000 reicht locker 384.000 reicht und was für den tank da sollte man mit auskommen leute man ja das fühlt sich so langsam und nicht so eine schnelle position aber es geht ja gleich sagt das einfach auch nö sagst du so einfach ja ich bin auch kohle brenn noch nebenbei wieder kohle 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 gestalten kohlko cool kopp kohlko epic auch kein kohle kopp nein warum nicht weil ich anständiger mensch bin Da sind jetzt noch mehr Creeper drauf, was soll'n dat für'n Scheiß da hinten, ne? Kackköpfe. Scheiße sein Hals, so wie du. Na Jungs, ihr kommt da gleich runter, ich schwör's euch. Mit dem Power 4 Bogen seid ihr One-Hit. Ja, mein Bogen ist verschworen eigentlich, ich hab keine Ahnung. Kackköpfe, ey. Ist doch keine Creeper-Party da hinten. Tschüss. Doch. Oh, ich hätte fast getroffen. Die Spawner da hinten, seid ihr denn bescheuert? Hab' euch da nicht eingeladen. Hä? Was fasselst du für Müll? Ich hab' die Creeper nicht in mein Haus eingeladen hier. Doch, hast du. Nein. Weg. Hab' ich doch gehört. Ähm. Weg. Weg mit dir, du. Scharlatan, du. Scharlunk. So, 6 sein, okay. Was spawnen ihr denn hier? Ja, ja. Wenn wir noch viel Fackeln hier, zack. Ja. Dürfte ja nichts mehr spawnen. Ja nichts mehr. Abaduuuuu. So. Was hat der Tank schon auffüllen? das war ich nicht sag ich ja nicht dass du es nicht warst warst du aber nur nein nicht doch da tust du doch das geht so nicht glüten power glaube ich kommt die schon mal raus ich habe echt halbs gelegt angeschlossen schest rein und alles rauskommt das langweil er ist dahin rennen alles rein sortieren das ist kacke das ist langweiler hast ja dann gehe weile je weile lang gehe weile je weile wird 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 ich brauche jetzt daisy und red tulpen und dann mache ich redstone zieht dann kannst du mich mal im arsch lecken spiel red tulpen und daisy aber habe ich alles hast du dir auch alle auf zehn was ich dir mit auf zehn kommt eh wieder 1 1 redstone raus von daher am arsch und da brauchst du ja nicht auf zehn deswegen das brauche ich eigentlich ganz geil wenn es so gut gehen würde ja wäre ja ist leider nicht leider nicht leider nicht leider leider nein leider leider nein die noch genau da hatte ich noch was die hau müsste da unten sein die ho 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 die hau die hau leite ist wichtig ich lass du musst ein dach schauen schweiß okay okay jup so sieben zehner davon die nehmen davon habe ich noch keine zehner ok und die roten davon habe ich elf zehner ok nehmen wir die und nehmen wir die dazu es geht mit da so und mal flop das immer einziehen ist schon ganz lustig ist auch schön lustig genau das meine ich nix alles gut hast du nix gesagt gar nichts gesagt du hast auch einen schaden nee gar nichts und zwar einen ganz großen der hund übertreibt die einfach nicht man hört mich an so wie immer weißt du noch latten schoss hat er wie langweilig das eigentlich manchmal ist einfach die blüten die blumen hoch zu züchten aha ist auch das langweiligste hm ist auch das langweiligste hm aber wenn ich das fertig habe habe ich halt alle blüten auf zehn und dann kann ich mir ordentlich welche machen kannst du ja massenweise produzieren hm geht ja relativ schnell ja ich brauch die halt für botanien aber lieber mehr als zu wenig so ist das hm und dann knall ich halt alles auf zehn hoch das müsste ich eigentlich einen gang noch da drunter bauen hm hm warte mal dass das mal als zucht fällt hab ich da vier drunter geboren oh ne drei nur muss ich ja riskanterweise gleich wieder unten rum urschteln da ok ähm wieviel habe ich hier ein zwei vier sechs acht 16 es gibt 16 von den tania blumen und wie läuft das mit den harvester modul ab oder eher gesagt ja harvester ich muss so hören dass ich gemutet kann ich gesehen grad fahr damit unter der code kommt sicher e nations glaub könnte ich nicht Ich mache mal eben kurz einen Cut, ne? Kommt ja wieder. Jo. Mann, Mann.